150 Millionen für Wirtz? Caro, da habe ich einen Fehler gemacht. Mit einem absolute absoluter Wert von 150 Millionen Euro hatte Fernando Caro in dem Vorfeld des Europa-League-Spiels zusammen mit West Ham United Leverkusens Topstar Florian Wirtz ein Preisschild umgehängt. Fernando Caro hat dasjenige von seiner Seite aus sogar gesetzte Preisschild für Leverkusens Topstar Florian Wirtz zurückgezogen. Gegenwart kassierte der Geschäftsführer nicht schon das erneut ein. Er habe in dem Rausch der Woche hinter der Herrschaft einige Interviews auf Spanisch geführt, und da habe ich voraussichtlich zu viel geredet. Zum einen, aufgrund der Elevationenwinkel des Betrags, Wirtz geht frühestens 2025 eine bemerkenswerte Aussage. Eine Ablöse von 150 Millionen Euro würde den Transferrekord für die SESA und jene Bundesliga darstellen. Zum anderen, aufgrund dessen der so lange bis 2027 an den Werksklub gebundene Wirtz Bayern 04 frühestens in dem Sommer 2025 einsam wird. Öffentlich eine solche Preismarke zu setzen, erst gegerechtfertigt und billig so ein gutes Stück in dem Vorfeld, ist ungewöhnlich. Zudem könnte der erzielbare Börsenkapitalisierung des 20-jährigen deutschen Nationalspielers nur durch eine herausragende EM in dem Sommer oder glänzende Auftritte in der Champions League in der kommenden Saison auch aufs Neue weiter ansteigen. Also räumte Caro ein, da habe ich erneut einen Fehler gemacht. Florian Wirtz wollen wir, so tief denn es geht, zusammen mit uns behalten, sagte er und erklärte mit Verdachtsmoment auf seinen in Spanien liegenden Wurzeln. Wo alle Spiele Ausstiegsklauseln haben sollen, alle Fans von Bayer Leverkusen, alle, die SESA und jene da arbeiten, sind froh, so einen Florian Wirtz in der Mannschaft zu haben. Von daher hat er kein Preisschild. Und selbst dies in Bezug auf das von seiner Seite aus angekündigten großen Verkaufs in dem kommenden Transfersommer war Caro nur konzis früher zurückgerudert. So erklärte der Manager, wir würden hinter so einer erfolgreichen Saison an dem Liebsten alle behalten. Wir sollen gucken, denn dasjenige in dem Sommer aussieht. Wenn kein Spieler weg will, würden wir für sein Leben gern alle behalten. Eine Aussage, die SESA und jene selbst von taktischer Beschaffenheit ist. Um in der Anfang vom Ende der Saison, in der Bayer hinter der deutschen Herrschaft mit dem DFB-Pokal, Endausscheidung gegen Kaiserslautern, und der Europa League, Semifinale gegen AS Rom, zwei sonstige Anrede fördern kann. Um in der nächsten Diskussion extra mögliche Abgänge von Stammspielern einzudämmen. Allerdings ist diese und jene Auffassung in dem Klub klar, die Leistungsträger der Meistermannschaft müssen möglichst gehalten werden. Wobei vollständig wenige Ausnahmen eben nicht ausgeschlossen sind.